Vielen Dank und einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Ich habe etwas Außergewöhnliches vorbereitet heute, noch schnell zwischen Samcheck und dem Programm. Und natürlich für meine liebe Freundin Barbara, ich muss nämlich euch eins sagen, wir zwei haben was gemeinsam. Für einiges. Wir beide sind nämlich zufällig aus Hesse und ich fand es ehrlich, all die Billi, ach super, wir sind halt wieder unter uns heute. Und jetzt habe ich dann was vorbereitet. Auch Getöse im Essehäun mit ganz vielen Menschen. Und Babsi, so wird sie gar nicht gern genannt, war als Cowgirl Barb, als sehr bekannt. Doch nicht nur Country liegt dir in den Fingern, auch Rock'n'Roll und junge Dinger, die nicht gehen. Für alle, die das jetzt nicht kennen, sollen gleich mal gucken, wenn wir hier oben wieder rennen. Drum machen wir jetzt wieder Krach, es wird für uns eine steile Nacht. Mit 50 nochmal Horridor, das macht uns alle richtig froh. So, jetzt ist es für Platt hier rumgebabelt, ja. Tun alle nun Applaus für eine, uns Barbara und holt sonst keine. Wir gratulieren unserer Hesse, wie bei Fasching. Ein Dreifer. Barbara, hello! Barbara, hello! Barbara, hello! Die Stadt, der ist schön. Die Stadt, der Hausmann!